Klingelmauk Sieht unterwegs, geht es auf den 1.6. zu. Ja, bei allem funktioniert Karolinsmeier, Tisha Quattro, die U18-Europameisterin, Dennis Uthoff. So, und jetzt klappt auch der Wechsel bei der 1. BV-Staffel aus Sophia Jung, hier Juliana Rikhofer und Meier Höfer. Letzter Wechsel. Denn vom Oster, DLV Stacht 1, hinterher Führung. Vielen Dank, liebe Franziska Heiden, der Kader noch mit dabei. Und wir schauen auf die Uhr. 44,10.